Guten Tag Freunde, KC Rebel hier, mein Anliegen an euch, am 8.6. in Bottrop, Hünxe, gibt es das Out for Fame Festival, richtig geiles Festival mit Hochkaritern, Nicole, Farid, meine Wenigkeit für Gott sein und US-Größen, Moppy, TNX, Method Man, Red Man und ganz viele andere Künstler. Kommt dorthin, dann reißen wir richtig ab, ich bin auch am Start, KC Rebel, 8.6. Out for Fame Festival.